Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die British American Debug noch mal an, nach dem großen Abverkauf. Wir werden sehen, in welcher Flugzone wir uns befinden und in der Bilanz werden wir sehen, wo das echte Eigenkapital steht. Viel Spaß mit dem Video. Hier sehen wir im H2 2023, ein halbes Jahr QI 2023, bessere Eckdaten haben, wie im Jahr 2022 Schlussbilanz. Das heißt, wir haben mehr Nettoumsatz zum Eigenkapital, 12% Eigenkapitalrendite zur Bilanzsumme 6% und Return on Investment 8,8. Das heißt, mal sehen, wie das QI 2023 aussieht, was im Februar kommt, ob diese Daten noch besser sind, wie im Jahr 2022. Das Preis-Sales-Verhältnis wurde leicht reduziert. Man könnte sagen, der Umsatz zum aktuellen Kurs pro Aktie ist identisch. Das Preis-Buch-Verhältnis wurde aktuell mit dem Buchwert aus der Bilanz 2022 leicht erhöht. Das heißt, der Eigenkapitalanteil wurde leicht reduziert. Hier sehen wir den Buchwert pro Aktie aus der Bilanz 2022. Das ist noch nicht der echte Buchwert. Wichtig, das sehen wir später. Hier sehen wir auf alle Fälle, dass das Eigenkapital zur Gesamtverschuldung leicht niedriger ist, aber zu den langen Verbindlichkeiten höher ist. Knapp 100% gegenüber den langen Verbindlichkeiten haben wir mehr Eigenkapital. Aber wir haben im Faktor ca. 55, 60% Verschuldung, Rest Eigenkapital. Aber nicht das echte Eigenkapital. Hier der aktuelle Kurs an der London Stock Exchange, wo zurzeit sehr viele Aktien extrem abverkauft werden. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung und hier die Gesamtverschuldung minus Bargeldbestand inklusive der Marktkapitalisierung. Und wir sehen, wir haben auf alle Fälle einen großen Anteil von Verbindlichkeiten. Die Earnings per Share Trading 12 Month aus Google Finance haben wir mit 390 Great British Pens. Hier das KGV mit 5,8 ist auf alle Fälle mal aktuell sehr günstig, aber wichtig, wenn die Earnings per Share weniger werden, um die Hälfte, haben wir hier ungefähr den Faktor 11 stehen. Zum freien Cashflow auch noch sehr günstig mit 5,52. Alles aus der Bilanz hier 2022, hier QI2 23. Wichtig, der Aktienkurs ist so stark gefallen. Das heißt, er preist wahrscheinlich auch Reduktionen im freien Cashflow ein und Earnings per Share. Dividend-Predite aus der Bilanz 2022, circa 10 Prozent. Hier die Daten. Fünf Jahresdurchschnitt Earnings per Share haben wir den KGV-Anteil aktuell 8,25 zum freien Cashflow 5,8. Das heißt, wenn die Earnings per Share wieder weniger werden, steigt das KGV auf 8,25 und der freie Cashflow weniger wird, haben wir den Faktor 5,8. Eine leichte Erhöhung. Aber wichtig, der Aktienkurs preist irgendwas ein. Die British American Tobacco, PLSC, ist im Konsumstäblesektor tätig, also Konsumgüterhersteller. Und hier sehen wir den Google Finance Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Da seht ihr auch den aktuellen Kurs in Great British Pants. Falls ihr neu auf jeden Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Gerne freue ich mich auf Kommentare dazu, wie ihr die British American Tobacco Aktie aktuell seht. Kaufen, warten. Was ist eure Meinung dazu? Freue mich auf eure Kommentare. Hier sehen wir die Income Statement, Cashflow Seite, also Umsatzseite und die Cashflow Seite. Wir sehen, dass der Umsatz eine leichte Steigung hatte von 15,3% in dieser Zeitperiode, rohertragmäßig, also rohertragmäßig 18,3% und Betriebsergebnis 37% und sogar netto nach Steuern und Zinsen 45%. Aktuell. Freier Cashflow läuft mit 4% mehr wie im Jahr 18, aber fast zeitwärts. Die Dividende wurde um 113% erhöht und der Bargeldbestand um 53%. Mal sehen, wie hoch das Payout aktuell ist zum freien Cashflow, sehen wir hier schon. Die Dividende ist immer leicht bezahlbar gewesen. Wenn der freie Cashflow sich halbiert, haben wir 100% Payout zur Dividende aktuell. Und zu den Earnings per Shares ist es auch immer ein guter Faktor gewesen. Hier war der Faktor auf alle Fälle sehr hoch im Jahr 19. Aber wichtig, das werden wir alle später detaillierter anschauen. Finanzdaten. Fünfjahresdurchschnitt haben wir ein Profitmargin von ca. 24,4%. Aktuell liegen wir bei 31%. Das heißt, die Kostenstruktur wurde optimiert. Das heißt, vom Umsatz bleibt mehr über nach Steuern und Zinsen. Der freie Cashflow im Fünfjahresdurchschnitt gegenüber den aktuellen ist um 9% höher. Das heißt, auch hier haben wir sehr gute Werte in der 12-Mann-Bilanz. QI 2,23. Mal sehen, wie QI 4 aussieht wird. Das werden wir im Februar detaillierter anschauen. Bilanz, Summe, Passivseite. Das Eigenkapital, wie schon gesagt, der Faktor wurde ja leicht höher, 0,7. Das Eigenkapital wurde weniger. Die Gesamtverschuldung sehen wir auch leicht mehr, aber ein Rückgang von 8,8% gegenüber dem Jahr 2018. Und das Eigenkapital ca. 11% mehr. Die Aktienstückzahl wurde um 2,4% reduziert und der Buchwert pro Aktie um 13% erhöht. Das heißt, wir sehen Eigenkapital mehr, Verschuldung reduziert, Aktienstückzahl auch leicht reduziert, trotzdem eine Eigenkapitalsteigerung, sogar pro Aktie 13,3%. Ist auf alle Fälle mal nicht schlecht, aber wir müssen jetzt detaillierter später reinschauen, wo ist der echte Wert vom Eigenkapital. Hier sind wir im Monatschart und im Monatschart sehen wir aktuell hier seitwärts Unterstützung 3,168, Abverkauf runter, Unterstützung 2,550, Widerstand 2,756. In dieser Zone habe ich meinen Alarm gesetzt. Wenn dieser Bereich angesteuert wird, werde ich informiert. Mal sehen, wie der Aktienkurs aktuell detaillierter aussieht. Wir sehen nun Unterstützung bei 2,241. Widerstand ist jetzt die 2,446. Das heißt, wir können hochlaufen auf die 2,446, dort wieder abprallen und auf 2,240 gehen oder sogar auf 2,138. Oder wir sehen den echten Wert vom Eigenkapital. Das werden wir detaillierter anschauen. Für mich generell ist das Ganze noch im Abwärtstrend. Wir finden unter dem gleitenden Durchschnitt und mein Alarm ist hier bei 2,756. Immer noch. Weil dort würde es erst für mich wieder positiver werden. Hier haben wir die fernen Werte aus der Bilanz 2022 und 5-Jahres-Durchschnitt. Wir sehen hier mit dem Buchwert 5-Jahres-Durchschnitt und aktuell die Earnings per Shares und Buchwert. Fairer Wert 4,685, hier 4,500. Wir sehen, dass der Aktienkurs in einer längeren Zeitperiode seit 2018 immer bei 3,000 Great British Pens abgeprallt ist. Das heißt, dort verkauft und wollten nicht höhere Kurse zahlen. Der Fairer Wert aus dem Netto-Zuwachs von 2,5 Prozent aktuell 4,000. Im 5-Jahres-Durchschnitt 3,7. Freier Cashflow aktuell 3,5 und im 5-Jahres-Durchschnitt 3,400. Das heißt, wir sehen auch hier, diese Werte wurden nicht erreicht. 18, immer Abverkauf um die 3,000, 3,100. Dort ist der Deckel drauf. Und nun wahrscheinlich haben wir eine neue Zone erreicht. Das heißt, wir können auch tiefere Kurse sehen. Hier QI 2,23. Aktueller Buchwert, 3,727. Die Earnings per Shares 390. Freier Cashflow 437. Dividende-Rendite 9,6. Dividende bezahlt 2,19. Aktueller Buchwert 0,7. Wichtig, der aktuelle Buchwert. Später werden wir sehen, wo der echte liegt. Fairer Wert aus diesen beiden Werten wieder 5,300. Netto-Zuwachs 5,300. Freier Cashflow 3,7. Das heißt, auch diese Werte sind wieder besser wie im Jahr 2022. Aber der Aktienkurs hat diesen Wert nicht erreicht. Seit 2018 nicht. Hier Vorausschau-Simulation. Wenn wir das Eigenkapital um 2,2% der Höhenbehandlung, die Earnings per Shares um 7,6% und der freie Cashflow um 0,8%, also fast seitwärts läuft, sehen wir hier die Fernwerte, die entstehen bis 2027. Aber wichtig, sind hohe Werte. Haben wir in den letzten fünf Jahren auch noch nie gesehen. Auch diesen Fernwert im Jahr 2023 werden wir nicht sehen. Darum müssen wir nun schauen, warum der Aktienkurs so abverkauft wurde. Hier das Eigenkapital minus Goodwill, QI 2,23. Hier das Eigenkapital. Hier die Goodwill-Position. Das wäre ein echtes Eigenkapital von 24 Milliarden Quedepitisch Pfund und nicht von 72 Milliarden Quedepitisch Pfund. Und der aktuelle Buchwert wäre 2. Das heißt, wir können auf Buchwert 1 runterfallen, auf die 1.087. Und dann hätten wir den Buchwert 1. Und dann wäre die Aktie günstig. Hier die Earnings per Shares. Aktuell wird 93. Der fairer Wert aus diesen beiden Werten wieder wäre 3.000 circa. Dort wurde der Aktienkurs regelmäßig in den letzten fünf Jahren abverkauft. Das heißt, die haben das schon eingepriesen, dass irgendwas von der Goodwill-Position abgeschrieben werden muss. Verrauscher in die nächste Zukunft. Wenn das Eigenkapital, das echte, um 2,2 Prozent steigt, wäre der Wert im Jahr 27 auf 1.200 Great British Pants. Die Earnings per Share um 7 Prozent steigen, wäre das der fairer Wert. Das heißt, wir liegen auf alle Fälle mit den 3.300 am Peak, wo immer der Abverkauf war. Aber mal sehen, ob der Kurs dorthin läuft. Wichtig ist, können wir diese Werte wieder sehen, Aktienkurs mäßig. Falls ja, wäre das noch mal ein Abschlag von 50 Prozent. Also wichtig, der echte Buchwert liegt im Jahr 23 bei circa 1.111 Great British Pants und nicht aktuell bei fast 3.000. Hier sehen wir den Wochenchart, detaillierter noch mal rein. Wir sehen hier runter, hoch, runter, hoch, runter. Eine schöne Abwärtsbewegung. Also die 2.549 auf Wochenbasis, dort drüber zweimal wäre optimal. Wäre das positiv, damit wir dann hochlaufen können, auf die 2.653 oder auf mein Alarmsignal 2.756. Solange wir nun unter die 2.344 bleiben, ist das Ganze noch negativ. Und wir können sogar unter die 2.41 fallen auf die 2.138, falls die 2.241 nicht hält. Per Schlusskurs. Wichtig, immer der Schlusskurs. Nicht die doch der. Immer Schlusskurs wichtig. Payout to Earnings per Shares. Wir haben hier die Earnings per Shares pro Aktie. Steigerung von 48%. Dividende 15% pro Aktie. Payout aktuelle 56%. Zum freien Cashflow 50%. Fünfjahresdurchschnitt Payout 52%. Da liegen wir drunter. Und auch sogar bei den Earnings per Share liegen wir aktuell drunter. Aber wichtig, falls der freie Cashflow sich halbiert, ist das Payout 100% und dann muss die Dividende gekürzt werden. Und auch die Earnings per Share um 50% runtergehen, hätten wir eine Payout von über 100%. Fazit. Consolation. Also wichtig, der Umsatz konnte gesteigert werden um 15,3%. Auch der Nettoumsatz um 46%. Das heißt, wir laufen hier Umsatzstechnik leicht höher, wie im Jahr 2018, aber sogar nettomäßig mehr. Wichtig, mal schauen, ob wir Umsatz steigern können oder fällt der Umsatz. Das KGV ist auf alle Fälle im aktuellen Bereich und im Fünfjahresdurchschnitt sehr günstig, aber der Aktienkurs preist irgendwas ein, dass wahrscheinlich der Nettoumsatz weniger wird und der Umsatz sich reduziert. Profit Margin haben wir mit 31%, da liegen wir auf alle Fälle sehr gut, über den Fünfjahresdurchschnitt. Mal sehen, wie es QI4 aussieht. Und wie schon gesagt, in der Chartanalyse, aktuell Abgratstrend. Mein Alarm bei 2,756 würde auf Monatsbasis wichtig sein. Wochenschlusskurs müssen beobachten, was im Dezember passiert und im Januar. Aber ich werde meinen Alarmkurs auf alle Fälle bei 2,756 mal lassen und vielleicht bei 2,556 einen neuen Alarm setzen, aber nur die Position 1, nicht den zweiten Alarm zum Kaufen. Wichtig. Auch diese Daten sind auf alle Fälle aktuell high 2,23 besser wie im 2022er QI4 Jahr und diese Faktoren sind leicht schlechter. Aber wichtig, der echte Wert vom Eigenkapital liegt sehr, sehr weit entfernt vom aktuellen Kurs. Hier finden Sie ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.